Hallo zusammen und herzlich willkommen beim GANISANI HUNDEMILITARI. Die ersten Vorbereitungen sind voll am laufen. Der erste Step heute ist die ganze Wanderung, die ich mache. Ich habe ein paar Hunde dabei, dass wir gerade einmal schauen können, wie das einen Berner Sennenhund zum Beispiel findet. Oder natürlich auch alle anderen, die dabei sind. Wie ihr seht hinter mir, wunderschöne Aussichten. Ihr müsst also nicht unbedingt auf mich schauen, sondern lieber hinten dran. Klar, die Sonne fehlt, aber am 12. Mai wird sie da sein. Darum viel Spass beim weiteren Schauen von diesem Filmchen. Und wir sehen euch spätestens am 12. Mai, wenn es heisst GANISANI HUNDEMILITARI RUNDUM UERLAND. Ciao zusammen! Hallo zusammen, da bin ich wieder. Jetzt sind wir gerade am höchsten Punkt angekommen, vom HUNDEMILITARI RUNDUM UERLAND. Der weisse Eck. Ihr könnt gar nicht zu viele Worte verlieren. Schaut euch das Panorama an, geniessen es und stellt euch einfach vor, anstatt mit Schnee, mit viel Sonnenschein und Blumen. Viel Spass! Crocker super. Na die Bühne. Puh. noch mal. Mal. Im Maintenance. Doch, wenn wir das jetzt mehr machen, wir hier sind. Langsatz für den컨, das war, manchmal können wir hier und so viele Bühne. Wir sehen uns sitzen. Da sind nicht mehr, vielen Spass! Achtert. Das war heute und wir haben. Da war heute noch heute. Wusch. Da war heute, was wir sehen?